... falls sie zu uns kommt. Nein, aber ich falle! Warum falle ich? Junge, warum falle ich? Kein Ding, du kannst dich ja doch selber anhören. Alter, ich falle einfach nie! Ey, diese unsichtbaren, keine Ahnung, was Hitboxen, die dich so komisch machen. Das Gute ist, hier kann noch keine... Wann? Wann hat er die gestellt? Oh ja, nice! Hä? Oh, jetzt die Edge! Haben wir den Schlüssel? Ja, ich hab den Schlüssel! Ja, mach mal den Schlüssel! Tschüss, Freunde! Hallo! Jaa! ... ... ÄHÄHÄH! Es war das, was er das Moment, dass er dann weiß, dass er f***te. Is das eine Fauna? Nie geht es darauf, dass er wieder zehn Jahre alt sind. FFATCH! Ff... Ffft! Ist das eine Falle? Nö, cool. Der hat liegt da auf dem Boden. Einhändig! Freihändig! Wir müssen alles dafür tun, dass sie überlebt, Freunde. Im Basement kannst du schon mal nicht landen, das ist ja, ne? Easy, hey. Easy, hey. Tja, kann wohl doch im Basement landen. Und dann gebe ich einen feuchten Fick. Ja, Cherry war super. Oh mein Gott. Nice, wie du die Gents gemacht hast. Cooles Zusammenspiel auf jeden Fall. Hoffen wir, wir beheern uns bald gegen dich wieder. Tschüss. Ah, jetzt lässt du nöt. Hehehe. Ja, da wär's nicht nöt. Ja, Blende geht doch in seine dumme Fresse rein. Ja, safe. Der hat nöt. Nein! Login, der hat nöt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hatte kein Geld! Alter! Hat er nicht getetet? Man, ja, ey, man serviert ihm das Land auf dem Silbertablet, diesen Typen, ne? Nein, ich hab vergrüßt. Ah! Immerhin kenn ich das Map-Playout. Let's go. Komm schon, ich werde Flashlight. Ich hab ne Coin mitgenommen, die bringt mir Glück. Ich hab meine Glückscoin dabei. Boom! Boom! Fein! Oh, diese Ballette! und dann lehrt so seid ihr klein loser ich schweinebacke K.K.A.L.K.E.L.D.U.S. So, schon mal die Event-Mitte. K.K.A.L.K.E.L.D.U.S. Jesus Christus Maria. So, und hier haben wir die Kone. Ehh? Was? verbriertet? Oh man, bist uns verscheuert. Sie versucht mich gerade richtig out zu outplayen. Sie denkt sich so, da habe ich ja gerade reingeguckt. Da habe ich ja gerade nachgeladen, da kann er nicht drin sein. Ich gehe einfach hier runter, dann wird er mich niemals finden. Oh mein Gott, das ist das 500 IQ. Oh mein Gott. In diesem Raum ist eine Sackgasse. Ich meine, er würde niemals... Oh Mann. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Der hat eine Sackgasse. Hier ist ein Raum, hier sind drei Türen. Alle zu. Ich weiß. Hallo? 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 Und er so, hallo? Hier war doch gar nicht mal an. Hallo? Tschüss. Gut. Hör, komm schnell Zeit. Hallo? Oh. Let's go. Barrieren runterfahren. oh oh jetzt können wir ihn überholen jetzt können wir ihn überholen oh ideallinie freunde ideallinie du kleine bitch guck dich an detective loser verpiste ich will jetzt echt nicht jemanden auf dem schlips dreht so ne aber ich finde man sollte den tepper schon so ein bisschen buffen also erstmals so eine instant mori fall du läufst da rein du bist sofort tot dann so bei der hand ist so die diamond ax die du damit triffst sofort tot beim besten so ein nurse addon wenn sie nach dem zweiten port trifft sofort tot und der survivor ist ein dbd und sein pc brennt und er ist allgemein jeder sollte so ein addon kriegen dass er wie sofort mori tot alle kinder sollten prinzipiell erst mal 150 prozent movement speed haben alle auf janky erst vom pokal wenn er sich gewinnt übrigens jeder der ein skillcheck fällt hat einen kleinen penis heil mich hör auf von mir wegzulaufen riley bei der macht von asgard wie sehr liebst du mich ich sagte wie sehr liebst du mich bist du wieder offen dann sterben wir und euch mal den shit genan hallo der meyer ist ich habe leider theoretisch die hand ist ein oder was wie sie einfach so ja das ist ungefähr wie sie Bis zum nächsten Mal.